Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Mittelerde Schatten des Krieges und wir werden, schon wird sich das erklären und dann mit dem Großen, wir werden mal sehen wie es ausgeht, der Schamane muss unbedingt weg, so. Boden-Hinrichtungen. Rekrutieren! Genau, ich hab dich gerettet. Äh, zum Spion machen, Häuptling auch spionieren. Jo. Ja mein Herr. Hätte ich mit dem anderen auch machen müssen. Er war erfolgreich. So. Der muss jetzt... Position unbekannt? Ja, noch unbekannt. Mein Gott, der nee. Der soll mal aufhören. Der kann's doch auch alleine wuppen, das Ding. Wir holen uns jetzt einfach den hier. Genau. Damit wir mal hier vorankommen. Menschen abschauen! Freu dich darauf, von der Dunkelheit Saurons niedergestreckt zu werden! Verschosssicher! Na klar! Nein! Was macht er denn? Ich hab eigentlich Hinrichtungsknöpfe gedrückt. Ich hab eigentlich Hinrichtungsknöpfe gedrückt. Ah, eigentlich, dass ich mir die attacken geholt habe. Kommt! Das war voll durch! Was brüllt er denn hier? Ich hoffe zu brüllen! Hör doch mal auf von hinten zu kommen! Ich bin hier knallhart beschäftigt! Ich bin hier knallhart beschäftigt! Schnell! Oh nein! Das wollte ich nicht! Das wollte ich nicht, ihr Lieben! Oh, ich brann auf! Mythosmeister, von mir aus kannst du jeden Ork in Mordor töten. Es ist mir gleich! Wir befinden uns schließlich im Krieg. Doch das war mein Blutsbruder. Ihr Southwort kommt zurück! Der Tod wird greift! Das ist mir egal. NyaluhAlright! Ich will die Dinger hier einsammeln! Bitte lass mich die Dinger einsammeln! Ah, jetzt hab wieder geradert hier! Ich weiß gar nicht, wo man das hört. Aua. Ich muss weg. Oh, sonst wird's durch. Nein! Nein, 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 nein. Weniger Schmerz. Warte mal, was bin ich denn für eine Stufe? Krieg ich dich überhaupt nicht? Ich glaub, ich krieg dich noch gar nicht. Stufe 19, da steht's doch. Mein Gott, er ist 20. Wir müssen noch ein bisschen... Ja, ist ja. Ich muss noch warte. Obwohl er ja so guter... Ach, Mann. Genau. Was ist das hier? I, ah ja. Oh, Mann. Obwohl er ja schön alleine war. Kommt man hier runter, ja. Was war denn das, bitteschön, für eine poplige Drehung? Hm. So schön alleine. Ja, war so schön alleine. Hier. Nein. Wo geht man lang? Wir gehen nach links. Ich frag mich. Hallo. Wer war'n das? Wieso wird gedro... Alter, wer bist du denn? Sohn. Sohn. Nein, ihr seid mir... So viele. Ah. Hör auf zu rollen. Renn. Ja, ja, ich komm. Da hast was gebrochen. Toll, dass hier was gebrochen ist. Jetzt, wo ich fast da bin. Was? Ja, den hatten wir schon. Schön, dass ihr beide zusammenhängt. Schön, dass ich dem Ganzen auspick hier. Ich glaub, denen geht's nicht mehr gut. Ich war's nicht. Ich bin egal. Dann machen Sie papel aus. Was sei denn? Ich war's nicht gelaufen. Jetzt endet die beurteint. Ich bin egal. Ich bin egal. Na wer sieht mich da? Oh, ich drück hier schon nach oben. Ich bin's. Schnell wieder nach oben finde ich immer... Oh. Nicht umdrehen. Oh. Ah, tschüss. Ach. Ja, toll. Ja, ist ja gut. Alles ruhig. Ach, da kommt der nächste. Okay, ich wollte sie gerade für uns gewinnen. Nein. Ist ja nicht. Ah, ne. Das zählt ja nicht. Okay, das zählt aber. Ah. Die Stadt muss sich beruhigen. Oh, das war daneben. Okay. So. Hm-hm. Such mich erstmal, schnüppig. Uuuuh, alter! Was, was? Er hat doch nichts Interessantes von sich gegeben. Er hat geschrien. Warum hat er geschrien? Was kommt jetzt so? Ich werde dich brechen. Und du gehörst zu uns. Einfach so, mal schnell rekrutieren. Ähm, Rückzug. Fall mir ja nicht in den Rücken, Freundchen. Ähm, ich brauche... Ich brauche Pfeile. Da unten? Nein, 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 nein. Ja. Ja. Ja, ja. Hä? Achso. Ich war da unten. Jetzt bin ich wieder oben. Jungs, hier. Ich hab zu tun. Toll, hier sind ja auch Pfeile. Da ist er. Ob der überträgt? Mist, ich komm nicht ran. Da steht er so episch. Ähm, terrorisieren! Oh nein. Oh la 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 la. Warum sendest du uns an Spion, Grafandler? Wir sind ein offenes Buch. Ich mag es nicht, wenn lockere Zungen das Ende verraten. Komm her. Nein! Nein! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Warum ist das so schnell? Mann Beiseite Nein, renn mir nicht aus der Map Ich hab gedrückt Komm schon, Wando Das kann's doch nicht sein Komm schon Das schaff ich nicht Wieso bin ich so Arsch langsam? Der rennt echt krass in der Höhle? Sein Ernst? Jetzt hab ich ihn Rekrutieren Äh, erstmal Rückzug Nice Ja Ja, ihr Lieben Wir rennen mal episch raus, Junge Aua Mann, ich seh nichts Hau doch mal ab, du dummes Fisch Das gehört dir aber nicht Das ist ein Afer Wir rennen mal episch weiter So, gut Lasst uns mal gucken Ah, was haben wir denn? Einen Punkt Was haben wir hier? Aha, kostet Meinen Zorn Ah Ah Ja, was nehmen wir denn da? Oh Panisch davonlaufen Äh Ein bisschen Und hier Ach komm, wir benutzen das Da können wir die auch ein bisschen einfrieren Ist doch total toll Was haben wir noch? Inventar? 19 19 Plus 3 Jo, flinnig Gut Dann haben wir das Unsere Armee Wollen wir es einfach mal probieren? Ich denke mal, wir Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen Den haben wir auch Bevor die mir alle hier abhauen Würde ich sagen Würde ich sagen Das war die Aufgabe jetzt Äh Starten Da hinten Brauch ich eigentlich markieren Ich denke mal, wir werden klicklich scheitern Aber das werden wir in der nächsten Folge machen Warte Er ist im Korn Äh Ja, jemand muss Guck mal hier, ich muss mich auch noch aufladen Dankeschön Du, 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 du Nee, ihr seht mich nicht So, lieben In der nächsten Folge starten wir Das da Ich hoffe, wir schaffen das Und Warte mal, erstmal hier noch umkrabbeln Erstmal noch umkrabbeln Würde ich sagen Sehen wir uns, wenn ich denn dann Vor der Aufgabe da stehe Bis dann Tschau